Ringhotel Teutoburger Wald. Ihre Auszeit mit vier Sternen. Großzügige und luxuriös ausgestattete Zimmer, gepaart mit schöner Lage, sind das eine, eigentlich selbstverständliche. Die außergewöhnlich herzliche Atmosphäre des Hauses, das Besondere. Eine perfekte Organisation stellt sicher, dass Ihre Wünsche schon bei der Anreise erfüllt sind. Genießen Sie nur noch das Lächeln und die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Erleben Sie die angenehme Atmosphäre der ganz auf Komfort zugeschnittenen Zimmer, die nach den neuesten technischen Standards ausgerüstet sind. So individuell wie Ihre Wünsche. Erfreuen Sie sich an hellen Badezimmern mit wertiger Ausstattung, in denen nie Enge aufkommt und genießen Sie danach den Ausblick über die wundervolle Naturlandschaft des Teutoburger Waldes. Jedes der 45 Zimmer des Hauses bietet Großzügigkeit und ist gleichzeitig mit kostenlosem WLAN-Zugang und Flatscreen-TV ausgestattet. Diese Annehmlichkeiten werden nur noch von der Suite übertroffen, welche mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich, Badezimmer-TV und Whirlpool-Wanne zusätzlich punktet. Ihr Hotel ist Ausgangspunkt für die Entdeckung des Teutoburger Waldes. Genießen Sie die ausgedehnten Fahrradtouren mit den hoteleigenen Fahrrädern oder E-Bikes, ganz nach Ihrem sportlichen Anspruch. Oder entdecken Sie das romantische Tecklenburg mit seinen schmucken Fachwerkhäusern, der Freilichtbühne, seinen Museen und der überaus ansprechenden Architektur. Seien Sie sportlich unterwegs beim Nordic Walking oder beim Wandern auf Naturstrecken. Nutzen Sie den nahen Tennisplatz oder den schön angelegten Golfparcours des Tecklenburger Golfclubs. Der Wellnessbereich des Ringhotels Teutoburger Wald bietet anregende Entspannung für Sie und ihn. In heller und freundlicher Atmosphäre stehen Ihnen hier alle Annehmlichkeiten und Anwendungen zur Verfügung, um sich jung, frisch und vital zu fühlen. Bis hin zur Synchronmassage. Von Kopf bis Fuß entspannen und sich verwöhnen lassen. Von einem kompetenten und erfahrenen Team. Zu jeder Jahreszeit genussvolle Runden im Schwimmbad ziehen oder Entspannung im Whirlpool finden. Der direkt anschließende Saunabereich rundet mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Saunatypen dieses besonders erfrischende Angebot ab. Zeit für sich. Zeit zum Ausspannen. Ob drinnen oder draußen. Im idyllisch angelegten Wellnessgarten. Hier finden Sie Muße, Ihre Gedanken zu ordnen und die Schönheit der umgebenden Anlage zu genießen. Bis in die Dämmerung. Der Restaurantbereich des Ringhotels Teuteburger Wald. Hier startet Ihr Tag, wie es sein sollte. Am großen, abwechslungs- und vitaminreichen Frühstücksbuffet bleibt kein Wunsch unerfüllt. Während ein herzliches Team Sie mit duftendem Kaffee oder Tee versorgt, bereiten Sie sich schon auf neue Erlebnisse und Eindrücke des Tages vor. Am Nachmittag ist dann die große Terrasse bei Kuchen und Kaffee, Bühne eines unbeschwerten Genusses im warmen Sonnenlicht. Wenn sich dann langsam der Tag dem Ende zuneigt, bereiten sich Service und Küche auf all die Leckereien vor, die den Gast erwarten. Von schmackhaften Krabben über saftige Fleischgerichte mit exquisiten Beilagen bis zu Fisch raffiniert. Am gut und vielfältig gefüllten Salatbuffet nach Herzenslust bedienen und danach die ebenso wohlschmeckende wie kreative Küche des Hauses in schöner Atmosphäre genießen. Die Hotelbar bietet zum Ausklang von Cocktail-Variationen bis zum Bier in gemütlicher Runde alles, was das Herz begehrt. Ringhotel Teuteburger Wald – Vielfalt für Ihr zufriedenes Lächeln